Er ist hier rechts bei mir. Pass auf, bin ich da im Klose bei uns. Erik, geh mal rein jetzt. Ich bin drin. Schlecht Treppe, bin ich da im Klose. Ich stehe da durch die Wäsche. Ich kämpf, wusste ich. Ich hab ein Leben. Ein Leben. Mein Standort ist gefährdet. Guck du mal hier vorne, Erik. Du guckst hier. Wo ist denn hier vorne? Erik, du guckst hier. Ich guck hier links und guck dort, genau. Perfekt, Mina. Erik? Eine Sprengfalle? Was? Was? Wie hast denn das gemacht? Hast du irgendwo eine Sprengfalle platziert oder was? Nein, 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 gar nicht. Ich hab die vorhin am Fenster damit aufgesprengt. Nein, 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 nein. Wie ist denn einer jetzt getötet? Hä? Hä?! Und warum haben die die Sprengfalle nicht mal gezeigt? Die haben einfach nur dich gezeigt, Leute. Das ist ein Killing, bitte. Das ist ein Killing, bitte. Das ist ein Killing, bitte. Da hab grad schon mal eine Schatten in die Hand genommen. LADER DANN ЧтоAT! Ein Fußbaer, warum kann man den nicht schlagen, den Fußballer? Nein! Was? Ist durch deine Eier gekrabbeln. LADER! Von wo? Da ja nicht. Oh da, da hinten hast du ein Loch auf. Ne, nicht da. Ne, nicht da. So ein Spaß, ich hasse dich. Und wo bin ich da noch ein Loch auf? Alter, wirst du einfach nicht da. Die Bombe wurde lokalisiert. Und jetzt hab's. Bei dem, ey, nicht schnell. Drei Gang Max. Jungen, was ist Ende für einer, Alter? Vorsicht, da ist einer. Da war's nicht gefahren. Ich bin, das ist fünfmal getroffen, Alter. War das den Wexler rushen? Fünfmal getroffen. Der hat sich, glaub ich, gerade gehealt. Jo, hab ihn. Das war's'n Doktor. Ja, wow. Kannst du hier aufmachen vielleicht, hast du ne... Termite. Gibt's da jemand? Da war jemand, da hat jemand hochgeschossen. Hast du ne normale Springladung, weil du brauchst keinen Termite dafür? Nein. Okay. Pass auf, warte, warte, warte. Okay. Warte mal. Ich hab noch Flasht. Scheiße, die haben Mio, ich kann meine Kamera nicht mehr machen. Ja, Flasht mal rein. Soll ich rauskommen, oder? Soll ich rauskommen, oder? Soll ich rauskommen, oder? Soll ich rauskommen, oder? Kannst du machen, falls du schaffst. Nein. Was ist denn das jetzt passiert? Warte, wenn der jetzt durch meine Claimer stirbt, na bitte. Och Mann. Och Mann, das wär so nass, wenn der jetzt durch meine Claimer stirbt. Komm, wir können den auch hops nehmen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. 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 Ich glaube es ist einfach besser, wenn du nicht ranked wirst. Also Level 30. Warum? Ja Junge, mit dir verliert man doch jedes Game, wenn du ne Tatschanka spielst. Ja, und wir müssen brandingst. Au! Oh Mann! Entschuldigung, ich denke der Räutet mann zu retten. Entschuldigung, das ist fuhr und früher nicht richtig richtig Hexe- ich habe Speak- ich habe meinen Melodien. Ich habe ein Detränke directly ja. Och so, du bist so. Okay. when jungen Ideen irgendwie öffnung der Räutetarium Ich musste mal wissen.